Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich über einen der größten Fehler reden, den Männer mit Frauen machen. Das habe ich viel in meiner Coaching-Praxis gesehen und sehe es immer noch, aber sehe das auch viel in meinem Freundeskreis. Eine Sache, die quasi jedermann falsch macht und die auch dich wahrscheinlich davon abhält, dass du den Erfolg mit Frauen haben kannst, den du dir wünschst. Ich bin Tim, seit mittlerweile zehn Jahren bin ich Trainer und Coach für den Dating- und Flirt-Bereich und das hier ist mein Channel. Schön, dass du hier bist und wir legen los. Das Ding, worüber ich sprechen möchte, ist die Tatsache, dass viele Männer entweder in die Frauen über- oder unterinvestieren, aber niemand so richtig versteht, dass richtiges und korrektes Investment ganz, ganz wichtig ist. Was meine ich damit? Viele Männer natürlich ganz klar wünschen sich Frauen, wünschen sich Frauen an ihrer Seite, wünschen sich Erfolg mit Frauen, ob das jetzt ist eine Frau, mit der sie was Sexuelles haben oder einfach eine Partnerin für eine feste Beziehung. Das ist natürlich unterschiedlich. Ich habe mittlerweile alle Leute schon durchgecoacht, junge Leute, die nur was Sexuelles gesucht haben, ältere Leute, die nur was Sexuelles gesucht haben und das Ganze umgekehrt. Und eines der größten Probleme ist immer das Thema Investment. Und was ich auf der einen Seite sehe, ist zu hohes Investment von Männern und oft ist das so, dass Männer auf diesem Extrempunkt anfangen. Zu hohes Investment von Männern, du kennst es vielleicht auch selber, sind einfach Männer, die viel zu viel Zeit in Aufmerksamkeit in Frauen investieren, die vielleicht gar nicht so interessiert an ihnen sind oder grundsätzlich zu viel Zeit und zu viel Aufmerksamkeit in Frauen investieren, statt sich um andere, wichtigere Dinge zu kümmern, die dann, witzigerweise, auch wieder ganz alleine dafür sorgen würden, dass sie attraktive Frauen werden. Nehmen wir mal das klassische Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast irgendwie mehrere weibliche Freundinnen und du findest alle sehr interessant und jetzt verbringst du ganz viel Zeit mit denen. Und du bist ja deren Freund und jede freie Minute verbringst du mit denen in der Hoffnung, dass du die vielleicht ja irgendwann einmal rumkriegen kannst, während du natürlich auch gleichzeitig mit der Zeit, die du dort in Anführungsstrichen verschwendest. Denn eigentlich ist deine Intention ja eine ganz andere. Auch ins Fitnessstudio gehen könntest, dein Aussehen verbessern könntest, deine Karriere aufforderbar bringen könntest, dein Hobby, Privatleben verbessern könntest, Freunde, Familie, alle Bereiche, die dich auf Dauer attraktiver für Frauen machen können. Darum könntest du dich kümmern, schnellstens verschwendest du Zeit und überinvestierst zu stark in Frauen. Aber ich sehe das auch auf ersten Dates oder auf ersten Treffen, wo Männer wirklich enorm viel, auch teilweise finanzielle Dinge oder finanzielles Kapital in Frauen investieren, was völlig überflüssig ist, wenn du auf dem ersten Date noch nicht mehr herausgefunden hast, ob da überhaupt grundsätzlich ein Vibe da ist, ob du wirklich interessiert an ihr bist, ob sie wirklich interessiert an dir ist. Und bevor diese Dinge nicht klar ist, würde ich oder kann ich dir gar nicht empfehlen, unglaublich viel finanzielles oder zeitliches Investment zu machen. Wie ich das immer mache, ich mache normalerweise immer das erste Date einfach ein Spaziergangsdate, ein bisschen unterwegs sein, sich kennenlernen, entspannt eine halbe Stunde, so kommuniziere ich das dann auch immer entspannt eine halbe Stunde, einmal durch den Park oder durch den Wald oder wo auch immer lang, an irgendeinem schönen Ort und dann geht es einfach darum, mal zu gucken, ob man irgendwie zusammenpasst, ob man einen Vibe hat. Und von da aus kann man dann eben weiter aufbauen. Aber ich sehe auch viele Männer oder kenne auch viele Männer, die dann zum Beispiel in ein teures Restaurant gehen, die dann in irgendeine Bar gehen und da sehr viele Cocktails haben. Das geht dann auf deren Rechnung. Das kann man alles machen. Aber auf der einen Seite möchtest du natürlich auch nicht die Frauen anziehen, die nur auf Dates gehen und diese Frauen gibt es, um ein bisschen gratis Essen und Trinken abzustauben. Also glaub mir, aus eigener Erfahrung. Nicht, weil ich mit diesen Frauen was zu tun hatte und denen Tricks ausgegeben habe, aber aus Erzählungen von Frauen. Das hört man ja doch dann immer öfter. Diese Frauen gibt es, die auch nur für Aufmerksamkeit oder für ein gratis Essen auf ein Date gehen. Und um diese Frauen oder denen ein bisschen auszuweichen, würde ich dir empfehlen, gar nicht viel Geld auszugeben auf dem ersten Date für die Frau. Klar, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin mit einer Frau, wir sind im Park spazieren und wir kommen an einem Supermarkt vorbei und ich denke mir, boah, ich will irgendwas trinken, dann kaufe ich der Frau auch schon mal, keine Ahnung, eine Cola oder so. Das ist jetzt kein großer Aufwand, das kann man schon machen. Aber ich rede hier von wirklich großem Überinvestment oder eben dem Aufmerksamkeitsüberinvestment, was viele Männer machen, wo sie Zeit verschwenden mit Frauen, auf die sie eigentlich stehen und ihnen kommunizieren, ja, Freundschaft ist okay und natürlich ist es eine Lüge, denn deine eigentliche Intention ist eine andere und du verschwendest da Zeit. Verstehe mich nicht falsch, es ist nicht so, dass das nicht grundsätzlich auch klappen könnte, also nicht ausgeschlossen, aber es ist einfach eine schlechte Strategie in der Zeit, wo du Zeit mit dieser Frau verbringst, die du eigentlich auf romantische Art und Weise kennenlernen willst, kannst du auch neue Frauen, andere Frauen kennenlernen und eben viel mehr Erfolg haben. Und das ist die eine Seite der Münze, Männer, die viel zu viel Zeit und aufmerksam werden, auch wenn Frauen investieren, Online-Dating, auch ein ganz schlimmer Bereich, in dem das zutrifft, wenn Männer über Wochen und ich kenne das, ich habe mit diesen Männern gesprochen, ich habe mit diesen Männern telefoniert in Coaching- und Bewerbungsgesprächen. Es gibt Männer, die schreiben dann wirklich wochenlang mit Frauen, die telefonieren mit Frauen, ohne die Frau jemals einmal gesehen zu haben. Jeden Tag wird geschrieben und dann kommt das Treffen mal irgendwann zustande und man merkt, oh, okay, so im echten Leben gefällt man sich gar nicht oder die Frau merkt das vielleicht und schon hast du vier Wochen in den Sand gesetzt. Vier Wochen, in denen du auch mehr andere Frauen hättest kennenlernen können und viel mehr Erfolg mit Frauen hättest haben können. Wenn du nicht genau weißt, wie das geht, dann bist du ja genau richtig. Schau dir gerne meinen Content an. Ich habe auch ein Buch, die Zeus-Methode, siehst du im Hintergrund, auf dem Schrank stehen. Der Link dazu ist in der Beschreibung auf Amazon, aber du kannst auch mit mir persönlich zusammenarbeiten. Ich habe in den mittlerweile zehn Jahren, in denen ich das mache, mit über hunderten Männern in sehr langen Coachings zusammengearbeitet, die über mehrere Monate betreut werden. Sowas auch für dich interessant sein kann, weil du dir sagst, okay, ich weiß nicht, wie ich dieses Frauenthema angehen soll. Ich habe vielleicht Ansprechangst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht mal, wie ich anfangen soll oder wie all diese Schritte vom Kennenlernen bis zum Date, bis zum Sex und vielleicht der Beziehung überhaupt funktionieren. Dann schreib mir gerne deine Situationsbeschreibung unten an die E-Mail, die ebenfalls in der Beschreibung verlinkt ist. Und dann sprechen wir gerne in einem kostenlosen Beratungsgespräch miteinander. Aber nun weiter zum Video. Das ist aber immer die eine Seite der Medaille, nämlich das Überinvestment. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Unterinvestment. Und das sind eben die Männer, die so ein bisschen die Einstellung haben, okay, also wenn ich einfach nur in der Welt existiere, dann wird schon die passende Frau irgendwann kommen. Das ist so ein bisschen die, für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel-Idee. Ich nenne auch das passive Dating. Also einfach mal gucken, was passiert. Und durch Zufall ergeben sich dann vielleicht hier und da mal ein paar Möglichkeiten. Natürlich ist man auf irgendeine Art und Weise in den sozialen Kontext eingebunden. Man macht vielleicht eine Ausbildung, man macht vielleicht ein Studium, man arbeitet vielleicht. Eine von den drei Sachen wird es vermutlich sein. Und dort lernt man natürlich hier und da mal eine Frau kennen. Man geht vielleicht mal mit den Kumpels in den Club, besäuft sich und hat dann den Mut, vielleicht hier und da eine anzusprechen, wo es dann vielleicht mal was wird. Aber das ist die Strategie, die ich als passives Dating oder Unterinvestment kategorisieren würde. Und ich komme gleich zu der besten Strategie, die ich empfehlen würde. Aber das ist natürlich auch ein Problem, denn Frauen stehen nicht auf einmal vor deiner Haustür. Also ich kenne das aus persönlichem privaten Bereich, dass ich Leute habe, die wünschen sich wirklich, was mit Frauen zu haben, aber die tun eben auch gar nichts dafür. Und dann muss man sich eben nicht wundern, dass dort nichts passiert. Frauen tauchen nicht einfach so in deinem Leben auf. Ich in meiner Zeit, wo ich keine Ahnung, wie viele Frauen schon im Alltag angesprochen habe, wurde bisher zweimal aktiv von Frauen angesprochen. Einmal im Club, das ist Jahre her, fünf, sechs Jahre. Das war damals in Berlin, das ist, glaube ich, noch länger her. Und dann nochmal in Berlin auf der Straße, glaube ich. Und das ist wahrscheinlich schon deswegen, weil es Berlin war, schon eine etwas gewöhnlichere Sache gewesen. Aber es passiert fast nie. Also erwarte nicht, dass das passiert. Die Frauen werden seltenst auf dich zukommen. Du musst da in Handlung treten. Du musst aus dem Unterinvestment weg. Aber schau, dass du nicht ins Überinvestment kommst, sondern dass du quasi in der Mitte landest. Oft ist es ja so, dass man auf der einen Seite anfängt und dann im anderen Extrem landet, nur um dann am Ende in der Mitte landen zu können. Das ist bei vielen Dingen so. Denn offensichtlich muss man erst verstehen, was das eine Extrem ist und was das andere ist, um dann die Mitte finden zu können. Sonst hast du ja die beiden Endpunkte gar nicht gesehen. Das ist auch eine logische Sache. Das Ding ist aber, dass du optimalerweise ein Investment fährst, das hier irgendwo in der Mitte liegt. Das bedeutet, du bist aktiv unterwegs, aber du überinvestierst auch nicht. Und ich würde empfehlen, und das ist auch das, was ich mit meinen Coaching-Teilnehmern immer mache, dass es sozusagen der optimale Endpunkt, zu dem du kommen willst, dass du in der Lage bist, im Alltag Frauen kennenzulernen, ohne Probleme, wann immer du willst. Und das ist wunderbar, denn im Alltag geben sich oft Möglichkeiten, wie du Frauen kennenlernen kannst. Du kannst jeden Tag zwei bis drei Frauen kennenlernen, zwei bis drei Frauen ansprechen, die dir wirklich im Alltag über den Weg laufen, wenn du im Supermarkt bist, wenn du gerade auf dem Weg zur Arbeit bist, vorausgesetzt, du wohnst nicht im kleinsten Dorf der Welt. Das ist natürlich schon ein Problem, das muss man ganz klar so sagen. Wenn du in der kleinsten Stadt der Welt wohnst und es ist auch keine andere große Stadt verfügbar, dann musst du dir einfach bewusst sein, deine Datingoptionen werden eingeschränkter sein. Dann musst du mehr aufs Online-Dating zurückgreifen oder musst auch mal in eine größere Stadt fahren. Oder es geben sich vielleicht soziale Möglichkeiten. Aber kleine Stadt ist auf jeden Fall ein Nachteilpunkt, wenn du viele Frauen oder Frauen generell kennenlernen willst. Nicht, dass es nicht gar nicht geht, aber es sollte mal mindestens ein bisschen größere Stadt in deiner Nähe sein. Du kannst also im Alltag ohne Probleme jeden Tag zwei, drei Frauen kennenlernen, zwei, drei Frauen ansprechen und hast dann wahrscheinlich in einer Woche schon mehr Frauen kennengelernt als 99 Prozent der Männer in einem ganzen Jahr kennenlernen oder teilweise in zehn Jahren. Ich kenne Männer, die haben in ihrem Leben noch nicht eine einzige Frau kennengelernt und die sind genau wie ich mittlerweile in den 30ern. Von daher, du würdest nicht glauben, wie schnell das gehen kann und wie viel mehr Möglichkeiten du haben kannst. Und das ist ganz wichtig. Aber dann auch wieder, und auch das ist wichtig, die Frauen auszusortieren, die kein Interesse haben. Das wird sich natürlich beim Ansprechen schon teilweise von selbst ergeben, aber du wirst es dann auch auf den Dates merken und auch dort wieder nicht überinvestieren. Einfach gucken, ist da ein cooler Vibe, kriege ich es hin mit meinen Flirtfähigkeiten vom grundsätzlichen Interessenslevel, dass das eine coole Sache wird. Und dann auch gerne weiter in die Frauen investieren Richtung, was sexuell ist, Richtung eine feste Beziehung. Das ist natürlich dann völlig in Ordnung. Aber nicht überinvestieren, nicht zu viel Zeit in die Frauen reingeben. Und du musst dich auch nicht viel mit irgendwelchen Themen online beschäftigen. Du kannst hier und da Videos gucken. Ich kann dir nur empfehlen, meine Videos zu schauen. Aber viel wichtiger ist, dass du in die Praxis gehst, dass du rausgehst, dass du Frauen ansprichst, dass du es so in einer Gewohnheit in deinem Leben machst. Ich weiß, es kann eine der schwersten Dinge sein, die man im Leben so als man lernen muss. Aber es wird eine der wertvollsten Fähigkeiten sein, die du jemals entwickelst und wird dir auch in vielen anderen Bereichen weiterhelfen. Du gehst eben über deine Angst. Du überwindest Widerstände. Du setzt dich gegen deine negativen Emotionen durch, die dir vielleicht sagen, mach es lieber nicht, pass auf. Und auch vielleicht die negativen Emotionen danach, wenn es mal nicht funktioniert hat. Du lernst also einen guten Umgang mit der Realität. Und das kann dir nur in vielen Nebensbereichen weiterhelfen. Also nicht überinvestieren, nicht unterinvestieren, sondern die perfekte Mitte treffen. Wie gesagt, wenn du nicht weißt, wie das aussehen soll, wie du bei dem Thema anfangen sollst, dann schreib mir gerne ansonsten. Schau gerne bei den Videos. Freut mich, dass du hier warst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.